Hey Leute! Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video! Ja, mal wieder Counter-Strike! Warte mal auf einer neuen Map, die ich schon in dieser Zeit zuvor noch nie gespielt habe. Die heißt Shorts. Ja, Shorts. Shorts. Ja, versprechen soll, versprechen soll. Ja, ähm... Ich bin momentan an einem Video am Arbeiten über mein Fazit über mein Gamer PC. Über die Software. Ja, das ist ein bisschen sehr aufmännisch, weil er sehr viel schneiden muss und so. Aber... Es wird schon gut sein, das verspreche ich euch. So, jetzt schlüpfen wir hier rüber. Wir gehen in Deckung. Gucken, ob wir da einen schnappen können. Und wir schnappen einen! Oh... Das ist ja Holz. Scheiße. Mann, Mann, Mann. Egal. Geil. Geil, egal, egal. Also, ich muss schon sagen, ich habe mich deutlich in dem Spiel verbessert. Deutlich. Ja, das Spiel rennt auf meinem PC. Also, es rennt wirklich. Bei Aufnahmen habe ich so 200 FPS. Und beim Singleplayer ohne Aufnahme mit Schleplay... ...2x50. Och, endlich noch genug da rein! Mann! Komm schon. Komm. Also, die Map verwirrt mich ein bisschen. Ich muss einfach ein Quad durchschießen, schießen. Ich schieß einfach ein Quad durch, bumm. Bist du tot? Ey, das regt hier mal. Okay. Alter! Ich mag die Map jetzt schon nicht mehr. Ich mag die Map jetzt schon nicht mehr. Oh, endlich mal. Endlich mal ein Kill. Und noch einer. Und noch ein, jedoch. Endlich. Ach, schade. Also, ähm. Wer einen neuen Counter-Strike ist, ähm. Den empfehle ich mal, ähm. Vom B-By-Natur. Mal die Videos anzugucken. Ähm. Weil da gibt der... Also, der so eine Serie. Weil er gar nicht viele Tricks zeigt. Also, Tipps und Tricks. Von Counter-Strike. Wurde auch sehr viele Neulingen. Wie mir jetzt auch. Ähm. Tipps, sag ich mir erstmal jetzt dieses. Was zum Beispiel. In die Ecken. In der Pistole oder so. Dann ziehst du mich sehr genau. Boah, dieser scheiß Pink von mir. Warum ist er so hoch? Ja, das Reboot hat mich sehr auf mit dem scheiß Pink von mir. Geht doch. Und schwer ist da unten. Mal so habe ich einen Pink von... ...20. ... 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 Game Channel, okay? Alles klar. Weißt du, wer einfach diesen scheiß Typen sieht, einfach mal... ...eine Aufstreben. Du schaff... ...fickter Spasti! Okay, gut. Was ist dieser ver-fickte Camper da, ne? Ja, halt die Fresse, der Hard Company. Shut up, motherfucker, ey. Ja, okay, ich schau, das war's mit diesem Video. Ein bisschen was Inter geflamed. ...ein bisschen was Inter geflamed. Und tschau, bis zum nächsten Mal.